Eigentlich habe ich das Seven vs. White Spiel aufgegeben, weil ich alle meine Zeit in New Year's Legacy stecke. Aber dann hat mich Mr. Lux gefragt, ob wir das nicht zusammen machen wollen. Also versuchen wir jetzt bis Weihnachten das Seven vs. White Spiel fertig zu machen. Es muss ein Krokodil da sein! Okay, ich habe also erstmal ein Krokodil in die Map geparkt. Wunderschön! Jetzt muss ich halt noch eine AI programmieren. Als erstes habe ich es mal random auf einer kleinen Map rumlaufen lassen. Funktioniert. Äh, Physik und so? Ja, das versuche ich dann im nächsten Video zu beheben.